Und du hast hier wirklich eine Tür gesehen? Was? Du hast doch gesagt, du hättest hier eine Tür gesehen! Es war auf jeden Fall einer von uns beiden, sei still und such weiter! Wie spät ist es? Genauso spät wie bei deiner letzten Nachfrage! Und bei der nächsten Nachfrage wird es genauso spät sein! Hier gibt es keine Zeit! Das ist ja wirklich ein ganz toller Plan, den du dir da ausgedacht hast! Sei nicht so selbstgefällig! Bald ist das dein eigener Plan! Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, ihn zu vergessen! Das habe ich gehört! Gewinnen wir auch mal! Das hängt davon ab, was du unter Gewinnen verstehst! Sonic besiegen! Oh, na dann nicht! Da bleibt wenig Hoffnung! Vielleicht sollte ich doch wieder auf Lehramt studieren! Gar keine schlechte Idee! Ich sage Leuten gern, was sie tun sollen! Kann sein, was sie tun müssen! Denn bar keine schlechten Dop